Tim, Gratulation zur Bronzemedaille. Wie wichtig war diese Medaille für dich? Erstmal vielen Dank. Schon wichtig. Es ist jetzt das erste Jahr bei den Männern raus. U23 ist also eine Übergangsaltersklasse. Und zu zeigen, dass man immer dabei ist und wieder eine Medaille geholt hat, das ist schon wichtig. Es hat dich ganz gerecht zur Goldmedaille. Was war das Problem, dass du es nicht ganz bis ins Finale geschafft hast? Ich habe keine Lösung gefunden, so richtig. Beim ersten Anfassen merkt man ja immer schon so, wie man klarkommt mit dem Gegner. Ich habe so richtig keine Lösung. Man hat es ja vorher abgesprochen mit dem Trainer, aber irgendwie das, was ich mir vorgenommen habe, hat überhaupt nicht geklappt. Und dann ist das dabei rausgekommen. Bist du dennoch zufrieden mit deiner Leistung über den ganzen Tag gesehen? Durchwachsen. Das war eigentlich mein bester Tag. Hätte besser sein können, da wäre auch mehr drin gewesen. Aber mit einer Medaille am Ende kann man nämlich zufrieden sein. Das denke ich auch. Und wir wünschen noch weiter alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.